Hallo zusammen, ich bin Stefan und ihr kennt mich vermutlich unter meinem Namen, der Springer aus Herthen. Und jetzt bin ich von Kiddings nach Berlin eingeladen worden in die Studios, um meine Kommentare mal mit der Kamera aufzunehmen. Armer Boris. Zehn von zehn Springer Points. Ene, mene, nebenbei, fort der lange Rüssel sei, Hex, Hex. Puh, na das ist ja gerade mal noch gut gegangen. Ja, heute habe ich mal wieder eine ganz alte Folge ausgesucht, und zwar die zweite der ganzen Serie mit dem Titel Hexerei in der Schule. Die Folge ist allerdings so alt, dass sie bei ihrer Erstausgabe noch einen ganz anderen Titel trug, nämlich diesen hier. Bibi unter Hexenspruch aus dem Jahr 1980. Mir persönlich gefällt der Ursprungstitel Bibi unter Hexenspruch noch ein bisschen besser, weil er auf das Problem hinweist, dass Bibi mit der Hexerei am Anfang doch arge Probleme hatte. Ja, das Cover zeigt aber schon, worum es in dieser Folge geht. Die mysteriöse Rüsselitis ist in Neustadt ausgebrochen. Und dieses war das erste Mal, aber natürlich nicht das letzte Mal, dass in Neustadt eine Krankheit ausbricht, die auf Bibi zurückzuführen ist. Könnt ihr euch noch an Grünitis akuta erinnern, aus Folge 3, die mit der Zauberlimo? Oder sogar Gelenkus knackus, aus Bibis Folge 48, als Bibi sogar im Krankenhaus lag? Schreibt es mir einfach in die Kommentare. Bibi ist in dieser Folge noch zwölf Jahre alt. 13 wird sie ja erst in Folge 12, wo es heißt, Bibi hat Geburtstag. Und in den damaligen Folgen war es gar nicht so unüblich, wie auch hier, dass Bibi noch als verhältnismäßig kleines Mädchen dargestellt wird, die mit den Hexsprüchen doch arge Probleme hat und noch sehr viel dazu lernen muss, um irgendwann mal eine große und fertige Hexe zu sein. Bibi hat sich deutlich verändert. Sie ist ein Jahr älter geworden, wirkt aber, sag ich mal, in vielen der späteren Folgen deutlich reifer. Ja, Bibi ist deutlich älter geworden. Nicht nur auf dem Papier. Und dennoch möchte die zwölfjährige Bibi ihren Klassenkameraden Achim beeindrucken. Achim, der scheint übrigens der einzige Mensch zu sein, dem Mutter Barbaras Salamanderbeinchen und das Spinnenlarvenpüree, Entschuldigung, schmecken. Von Achim sollten wir übrigens nach dieser Folge nie wieder etwas hören. Aber, um Achim zu imponieren, hext sie dem Lehrer König und zu allem Überfluss auch noch dem Direktor mit dem wunderschönen Namen Dr. Hugo Pauker einen Elefantenrüssel ins Gesicht. Die beiden sehen danach aus wie... Benjamin Blümchen. Findet zumindest der Bürgermeister. Schleichwerbung! Sie erinnern mich fatal an jemanden, lieber Direktor. Ja? In unserem Zoo gibt's einen Elefanten, den Sie sicher kennen. Benjamin Blümchen? Ja, genau der, an den erinnern Sie mich. Ich muss schon sehr bitten, Herr Bürgermeister. Ja, und hier hören wir Tobias Pagel als Bürgermeister. Und an dieser Stelle muss ich dann einmal mit mir persönlich ins Gericht gehen, denn ich hab ja vor einiger Zeit mal behauptet, dass der Pagel-Bürgermeister in den Bibi-Folgen nicht auftaucht. Kein Pagel bei Bibi. Müsste man so ein Ungleichheitszeichen machen. Pagel, Bibi. Hashtag Springerfail. Und dann steht Bibi plötzlich vor dem gerade erwähnten Problem der allerersten Stunde. Denn der Rückhexspruch will ihr auf Biegen und Brechen nicht einfallen. Und da der Direktor ihr ihre hexische Erklärung natürlich nicht abnimmt, werden er und Herr König in die Quarantänestation des Neustädter Krankenhauses eingeliefert. Davon erfahren die Blocksbergs abends im Radio. Und an dieser Stelle hat Autorin Elfie Dorneli doch tatsächlich noch eine kleine politische Anspielung eingebaut, nämlich die auf den Kalten Krieg zwischen den USA und der Sowjetunion im Jahr 1980. Und jetzt die Weltnachrichten. Der amerikanische Präsident hat die Masern und wird voraussichtlich nicht mit dem sowjetischen Parteichef zusammentreffen, der sowieso keine Zeit hat, weil er ein Muttertagsgedicht ausbildet lernen muss. Stell mir gerade so bildlich vor, wie Leonid Brezhnev da dieses Muttertagsgedicht... Ja, weil sich Bibi nicht traut, ihrer Mutter alles zu beichten, muss sie sich eben selbst aus dem ganzen Schlamassel befreien. Heimlich schlägt sie daraufhin in Mutters Hexenbuch den Rückhexspruch nach und schleicht sich dann mit Achim ins Krankenhaus, um die beiden Lehrer von ihren Rüsseln zu erlösen. In dieser Folge gibt es übrigens etwas Bemerkenswertes. Zum ersten und auch zum einzigen Mal hören wir, dass Bibi eigentlich gar nicht Bibi heißt, sondern offiziell einen ganz anderen Namen trägt. Nein, nicht Bianca, Birgit oder Bärbel und Britta und Beata erst recht nicht. Wie heißt du überhaupt? Brigitte Blocksberg, aber alle sagen sie Bibi zu mir. Hättet ihr es gewusst? Ganz ehrlich, schreibt es mir unten in die Kommentare. Und dann gibt es in dieser Folge auch noch den ein oder anderen kleinen Logikfehler. Zum einen haben die Blocksbergs in dieser Folge eine Katze namens Pavian, die danach nie wieder auftaucht. Das ist insofern bemerkenswert, weil Mutter Barbara ihrer Tochter Bibi in Folge 22 noch strengstens untersagt, ein Haustier zu halten. Davon abgesehen, wer um alles in der Welt nennt eine Katze Pavian? Und was ist eigentlich aus Kartoffelbreis gebrochenem Stil geworden, den Mutter Barbara Bibis Aussage zufolge doch zum Zusammenklappen umgebaut hat? Auch davon hören wir nie wieder etwas. In der Tat hat man in den ganz frühen Folgen doch noch ordentlich herumexperimentiert, weil man sich noch nicht so ganz sicher war, in welche Richtung diese Serie mal gehen würde. Vielleicht lebt ja Pavian mittlerweile mit Boris zusammen bei den Großeltern an der Nordsee. Wer weiß. Insgesamt eine tolle Folge, weil die Charaktere hier noch sehr, ich sag mal, ungehobelt wirken, um Bibi mit ihrer Rüsselhexerei so richtig schön ins Fettnäpfchen tritt. Dafür vergebe ich doch glatt 9 von 10 Springer Points.